Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, ich will mich hier noch ein bisschen weiter umsehen in Silberhain. Tür öffnen. Benötigt einen Schlüssel. Okay, das ist wahrscheinlich kein richtiges Haus mit Ladebildschirm, sondern... Hier geht's auch nur zur Taverne rein. Was gibt's denn hier noch? Silberhain Gellers Haus. Was haben wir hier? Silberhain Rhyneos Haus. Besuchen wir doch Rhyneos zuerst. Vati. Hallo? Unser Vati? Hallo zurück. Was kann ich für euch tun? Ich suche einen Knaben namens Rhyneos. Seid ihr sein Vater? Ziehvater trifft es besser. Aber ja, das bin ich. Wieso fragt ihr? Kennt ihr Rhyneos? Nicht persönlich, aber ich muss dringend mit ihm sprechen. Dringend gleich? Dann tut euch keinen Zwang an. Rhyneos Zimmer ist hier gleich gegenüber. Ich glaube, er liest gerade. Aber er freut sich immer über Gesellschaft. Äh, danke. Eine Frage noch. Mir wurde gesagt, dass Rhyneos früher krank war. Jetzt aber wieder gesund ist. Wie ist das möglich? Tja, das weiß nur mal Fass selbst. Aber Fakt ist, dass nur ein paar Monate nach seiner, naja, Ankunft, seine Geschwüre einfach begannen abzuheilen. Und nur ein Jahr später konnte er laufen und lachen, wie die anderen Kinder auch. Es ist ein Wunder. Ein wahres Wunder. Aber wisst ihr was? Ob Rhyneos jetzt krank geblieben wäre oder nicht, es hätte für uns in Silberheim keinen Unterschied gemacht. Wir hätten ihn niemals verstoßen, wie der, der ihn hier ausgesetzt hat. Denn Rhyneos ist ein guter Mensch. Und das ist alles, was zählt. Was ist eigentlich eure Geschichte? Wieso habt ihr Rhyneos damals aufgenommen? Hm. Ihr stellt viele Fragen, gute Frau. Aber gut, wieso eigentlich nicht? Wisst ihr, ich bin Witwer. Mein Gefährte und ich wollten damals immer ein Ziehkind haben. Aber das Leben hier war hart, bevor Rhyneos die Silberadern entdeckte. Ständig mussten wir uns vor Verlorenen und Getier in Acht nehmen. Und das, was wir geschürft haben, reichte gerade mal aus, um selbst über die Runden zu kommen. Und als mein Gefährte starb, waren meine Gedanken erst einmal woanders, wie ihr euch denken könnt. Tja. Und als dann eines Tages Rhyneos vor meiner Türschwelle lag, schreiend und allein, war mir klar, was ich tun musste. Vielleicht ist es auch irgendwo meine Art, das Andenken meines Gefährten zu ehren? Ich weiß es nicht. In jedem Fall bin ich froh, dass, welche herzlose Gestalt auch immer Rhyneos ausgesetzt hat, es getan hat. Hier in Silberhain sind wir alle eine große Familie. Und es tut Rhyneos so gut, Menschen zu haben, die ihn bedingungslos akzeptieren. Ihr in Silberhain seid alle sehr offen gegenüber Fremden. Ist das nicht gefährlich? Ähm, vielleicht ja. Aber andererseits? Ich glaube, dass Vertrauen immer mit Vertrauen belohnt wird, wenn ihr versteht. Und in all der Zeit, die ich schon in Silberhain lebe, hatten wir noch nie ein ernsteres Verbrechen oder Probleme durch Reisende. Insofern? Okay, das wäre dann alles. Hier geht mehr vor sich als... Äh, falsches Zimmer, glaube ich. Okay, wie viele Schmetterlinge und Falter und so weiter? Thoros! Sieht man dich hier wieder, hä? Vom alten Lager bis hin, ähm... Ja. Linneos, hallo? Boah, hast du mich erschreckt? Wer... wer bist du? Du kommst nicht von hier, oder? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Äh, das ist nicht weiter verwunderlich. Ich komm aus Ark. Das ist doch da draußen, oder? Na, dann bist du jetzt bestimmt ganz froh hierzu. Hey, Thoros, was soll das? Ach, Mensch, das gibt's doch nicht. Das ist mein Lieblingsstofftier. Du, ähm... Du bist doch sicher schnell, oder? Meinst du, du kannst Thoros für mich fangen und ihm den Stoffbär wieder abnehmen? Ich will nicht, dass er ihn irgendwo im Sand verbuddelt. Dann sehe ich ihn nie wieder. Ähm, ich könnte das versuchen, ja. Würdest du? Mensch, das ist wirklich lieb von dir. Dann schnell, geh gleich los, bevor er dir noch entwischt. Stofftier fangen, okay. Ja, jetzt, äh, rennen wir Thoros wieder mal hinterher. Ich muss dem Hund Thoros lange an den Fersen bleiben, bis ich ihn irgendwie in eine Sackgasse gedrängt habe. Gedrängt haben. Hier geblieben Thoros! Schreitet wohl! Schreitet wohl! Läuft der irgendwo Bestimmtes hin, oder? Einfach random irgendwo hin. Okay, der läuft best... Der läuft eine bestimmte Route, habe ich so das Gefühl. Schreitet wohl, wegloses Wanderen. Schreitet wohl, denkst du, Gedanke. Hund? Und Thoros. Reneos, das Stofftier zurückbringen. Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruß. Aber für Thoros ist er echt ein Upgrade, dass er ja... Auf jeden Fall zu einem Hund geworden ist. Du bist wieder da. Und? Hast du Thoros fangen können? Ja, habe ich. Hier ist dein Stofftier. Äh, Stoffbär. Ach, ja, das ist er. Boah, das... Das war einfach großartig. Tausend Dank dir. Ohne dich hätte ich den sicher nie wiedergesehen. Ach, kein Thema. Peter und Gaius werden grünverneid werden, wenn ich denen erzähle, dass ich jemanden wie dich zum Freund habe. Du... Du bist doch mein Freund, oder? Äh... Ja, ich schätze schon. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Meinst du, du könntest sie mir beantworten? Fragen? Na, aber klar doch. Du hast mir geholfen und jetzt helfe ich dir. Schieß los. Du hast eine Menge Bücher hier herumstehen. Kannst du denn schon lesen? Ähm, ich weiß nicht. Kann schon sein. Aber Papa hat mir schon sehr früh lesen beigebracht. Und ich liebe es einfach. Bücher. Das sind wie Bilder, in die man reingehen kann. Wenn ich groß bin, will ich auch mal schreiben. Wie alt bist du? Ich hatte dich mir jünger vorgestellt. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube sieben Jahre oder so. Ja, das dürft's sein. Sieben Jahre. Mehr kann ich fragen? Was gibt's denn mehr? Mir wurde gesagt, du seist früher krank gewesen. Krank. Ja, ich glaube das stimmt. Zumindest hat Papa mir das erzählt. Ich kann mich aber gar nicht dran erinnern. Das ist so lange her. Oder warte, ein bisschen schon. Ich... Ich hatte solche großen Boppel im Gesicht, die immer furchtbar gejuckt haben. Und wenn ich laufen wollte, hat das richtig weh getan, weil mein eines Bein immer dick und geschwollen war. Aber das hat dann irgendwann aufgehört. Und jetzt kann ich sogar schneller rennen als Gaius. Und das ist nicht leicht. Ich hab das Gefühl, das hat was mit dem Stein zu tun. Dass der Stein ihm geholfen hatte. Und wenn wir das wegnehmen, wird er wieder krank. Ich hab echt ein ungutes Gefühl dabei. Weißt du eigentlich, woher du, naja, ursprünglich kommst? Woher ich komme? Hä? Was meinst du? Äh, dass du ein Findelkind bist? Genauer gesagt, du kommst zu springen. Ach, egal. Lass uns über etwas anderes sprechen. Ähm, gut. Wenn du's sagst. Du sammelst Schmetterlinge? Ja, tue ich. Die sind total schön, oder? Hier in Silberhain gibt es sie in viel mehr Farben als da draußen. Aber nicht, dass du jetzt was Falsches denkst. Ich fange sie immer nur für ein paar Tage ein, damit ich sie abmalen kann. Dann lass ich sie wieder fliegen. Stimmt, der malt da Schmetterlinge. Äh, ich suche übrigens etwas. Einen schwarzen Stein. Einen Stein? Wieso fragst du? Und selbst wenn ich ihn haben sollte, wieso willst du ihn denn haben? Äh. Sagen wir, ich brauche den Stein, um etwas Schlimmes zu finden. Weißt du denn, wovon ich spreche? Kannst du ihn mir zeigen? Hm. Ich will ehrlich sein. Ja, ich weiß, welchen Stein du meinst. Und ich kann ihn dir auch zeigen. Aber nur unter einer Bedingung. Was? Junge, mein Geduld hat Grätseln. Wenn du weißt, wo der Stein ist, dann sagst du... Nee. Na gut, wenn es nicht anders geht. Und was wäre das für eine Bedingung? Dass wir einen Handel machen. So nennt ihr Erwachsenen das doch. Einen Handel, oder? Äh, tun wir. Und was genau schwebt dir vor? Ganz einfach. Du erfüllst mir drei Wünsche und dann zeige ich dir den Stein. Drei Wünsche? Was meinst du damit? Naja, ich habe eben drei Wünsche bei dir frei, die du mir erfüllen musst. Und keine Sorge, es wird richtig Spaß machen. Du wirst schon sehen. Was meinst du? Schlägst du ein? Ähm... Na schön. Großartig. Ich wusste, dass du Ja sagen würdest. Wir können auch schon gleich anfangen. Komm in ein paar Minuten einfach runter zum Strand. Bis gleich. Runter zum Strand. Okay, was soll Erdlimmes vorhaben? Er ist ja nur ein Kind. Äh, nein? Ich wollte springen. Steck die Waffe wieder ein. Gut, einmal noch. Der linke Schalter bestimmt die Geschwindigkeit und das Flugmuster. Und der rechte setzt die Kugel in Bewegung. Alles verstanden? Hab ich. Danke, Papa. Du bist echt der beste Vater, den man sich wünschen kann. Und du der beste Sohn, kleiner Rackadou. Aber schau mal, wer gekommen ist. Hi. Ich bin euch beide jetzt erstmal allein. Und nicht vergessen, lenkt die Kugel niemals in Richtung des Dorfes. Wir wollen ja nicht, dass irgendjemandem was passiert. Du spaß euch beide. Hey, du bist ja richtig schnell gewesen. Und, bist du soweit? Es wird richtig lustig, versprochen. Ja, bin ich. Äh, was soll ich denn tun? Worum geht das? Also, eigentlich ist es ganz einfach. Kannst du einen Bogen benutzen? Äh, könnte man so sagen, ja. Ich wusste es. Großartig. So, jetzt schau her. Warte mal, ich rüste mal den Bogen aus. Ähm. Tada! Ist sie nicht großartig? Das ist eine Sterling-Sphäre. Fatih hat sie hinten bei der alten Ruine am Strand gefunden und sie nur für mich wieder zusammengebaut. Und angeblich ist sie richtig alt. Die Sternlinge haben sie damals benutzt, um ihren, wie nennt man das, ihren Armbrustschützen, das Zielen beizubringen. Toll, oder? Beeindruckend, ja. Und du sagst, dein Vater hat sie einfach wieder zusammengebaut? Die Sternlingstechnik ist doch normalerweise unglaublich komplex. Ich weiß, aber Fatih kann sowas. Immer wenn ich irgendwas zerbreche, baute er es gleich wieder zusammen. Er ist wie ein Zauberer, sage ich immer. Hm, und was genau willst du, dass wir mit der Kugel tun? Na was wohl? Wir werden sie natürlich ausprobieren. Ich wollte das schon immer machen, aber Papa sagt, dass ich noch zu jung bin, um meinen Bogen zu halten. Aber das bist du ja nicht. Also, mein erster Wunsch ist, dass du mit mir die Kugel ausprobierst. Klingt machbar. Wie genau läuft das? Ganz einfach. Du nimmst dir den Bogen da und ich lasse die Kugel fliegen. Wenn sie dann erstmal in der Luft rumfliegt, musst du sie mit Pfeilen treffen, bevor sie wieder landet. Ah ja, und schießt erst, wenn die Kugel sich geöffnet hat. Das ist wichtig. Also, alles klar soweit? Ich würde sagen, wir fangen langsam an. Und dann mache ich sie schneller und wirrer. Bist du bereit? Äh, eine Frage habe ich noch. Was hast du davon? Ich dachte, du würdest dir irgendetwas nützlicheres von mir wünschen. Was ich davon habe? Naja, ich dachte halt, dass uns das beiden Spaß machen wird. Und darum geht es doch, oder? Dass du und ich hier Spaß haben, solange du in Silberheim bist. Ja, okay. Äh, wieso nicht? Also los, ich bin bereit. Prima. Es braucht dir nicht peinlich sein, wenn du die ersten drei Runden nicht triffst. Wir können es so oft spielen, wie du willst. Also, nimm den Bogen da, dann schalte ich die Kugel an. Okay, also ich muss den Bogen nehmen. Äh, Übungsbogen und Übungspfeile. Eins, zwei und los. Äh, Übungsbogen und Übungsbogen und Übungsbogen und Übungsbogen. Öbungsbogen und Übungsbogen. Ähm. Okay, der ging daneben. Ah, wieso ist er angehalten? Okay, da schließt sie wieder. Ach. Vier Treffer insgesamt. Wer ging daneben? Der will verarschen. Boah, das war schnell. So, schalten wir sie noch mal schneller. Auf mein Zeichen. Eins, zwei und plus. Großartig. Der saß. So. Das war toll. Das war toll. Großartig. Okay, neun Treffer habe ich insgesamt. Wie? Mit zwei Hebeln, wie schaltest du den schneller? Das war großartig. Vor dir müssen sich die bösen Kerle sicherlich in Acht nehmen. Wie sieht's aus? Willst du es noch mal probieren? Vielleicht triffst du ja diesmal noch mehr. Ja, ich kann das noch besser. Lass die Kugel noch mal fliegen. Komm, machen wir. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Mach dich bereit. Eins, zwei, drei. Ich will zumindest zehn schaffen. Okay, der war... Der war doof. Der war auch doof. Ach, komm. Okay, der schaltet sich ab. Das macht so Spaß. Und jetzt schalte ich die Kugel schneller. Mach dich bereit. Eins, zwei, drei. Okay, das war zu früh. Vier Treffer insgesamt. Fünf. Und er schaltet sich wieder ab. Mist. Jetzt muss ich fünf Treffer machen. Drei. Und los. Sechs. Einen noch, einen noch. Komm. 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 Das war großartig. Vor dir müssen sich die bösen Kerle sicherlich in Acht nehmen. Wie sieht's aus? Willst du es nochmal probieren? Vielleicht triffst du ja diesmal noch mehr. Ich denke, das genügt erstmal. Das ist ziemlich anstrengend. Ja, das glaube ich dir. Aber du hast das wirklich toll gemacht. Danke, dass du mit mir gespielt hast. Ich sag Papa jetzt erstmal, dass wir fertig sind. Komm einfach wieder ins Haus. Dann sag ich dir meinen zweiten Wunsch. Okay. So. Reneo ist im Austreffen. Klar, der ist ja aber auch schnell. Wo rät er hin? Dann hat das alte Ding tatsächlich noch funktioniert. Ich hätte es fast nicht geglaubt. Aber geht einfach ins Zimmer. Reneos wartet dort auf euch. Okay. 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 Irgendwie süß, der Kleine. Ah, hallo. Mann, das hat wirklich Spaß gemacht vorhin, oder? Du wirst sehen, in Silberhain macht alles so viel Spaß. Niemand hat hier Hunger und alle Menschen sind nett zueinander. Wenn, wenn du willst, könntest du doch hierbleiben. Papa und die anderen würden dir sicherlich helfen, ein kleines Häuschen zu bauen. Und dann könnten wir jeden Tag was miteinander machen. Warum nicht? Ja, ich werde darüber nachdenken. Oh, toll. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass du hier viel glücklicher wärst als irgendwo anders. Naja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, was ich mir als nächstes von dir wünschen werde. Willst du es hören? Ich soll ein Haus bauen. Ja, schieß los. Also, du weißt ja schon, dass ich Schmetterlinge sammle, um sie abmalen zu können. Ich hab fast jede Sorte, die hier im Tal herum flattert. Bis auf eine. Nämlich den Mondschein-Falter. Und mein Wunsch ist es, dass wir zu zweit genau solche suchen gehen. Verstehe. Und wie finden wir diese Mondschein-Falter? Wie sehen sie aus? Sie sind unglaublich schön. Ihre Flügel sind schwarz und blau und schimmern im Sonnenlicht wie, wie Meereskristalle. Aber leider sind sie auch sehr klein, weshalb man sie nur sehr schwer mit den Augen sehen kann. Aber Malfa, sei Dank kenne ich da einen kleinen Trick. Äh, was ist das für ein Trick? Ganz einfach. Man muss mit Augen und Ohren zusammensuchen. Mondschein-Falter haben ein ganz komisches Brummen, wenn sie herumflattern. Es ist schwer zu beschreiben, aber wenn du die Augen ein Stück zumachst und ganz angestrengt lauschst, wirst du sie erkennen können. Und wenn du einen gefunden hast, musst du ihn ganz vorsichtig einfangen und in eines der Gläser stecken. Ich geb dir mal 15 mit, aber wenn du sieben Schmetterlinge findest, ist das auch schon genug. Gut, dann los, teilen wir uns auf. Ja. Am besten suchst du auf der Mondschein-Wiese. Du hast doch so eine Karte, oder? Ich zeichne sie dir schnell ein. Die Wiese. So. Und ich bleib hier in Silberhain. Treffen wir uns einfach vor der Schenke zum schweigenden Mond wieder. Also, viel Erfolg. Ich freu mich. Okay. Gehen wir jetzt auf Schmetterlingsjagd. Die haben spezielles Brummen. War das... Das Blaue da gerade einer? Komm, spring. Mondschein-Wiese entdeckt. Ich komme hier nicht hoch. Mondscheinfalter. Ein von sieben. Zwei von sieben. Da sehe ich noch ein. Zwei. Wir haben jetzt vier Stück. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Warum will er gleich sieben Stück haben? Reicht die nicht einer? Da ist noch einer. Alte Nori entdeckt. Wo ist er hin? Da. Optional 15 Schmetterling. Okay, machen wir 15. 15. Da ist noch so einer. Neun haben wir jetzt. Zehn. So, gibt es hier noch mehr auf dieser Wiese? Nein, du musst springen. Da. Elf. Vier noch. Teilweise sind die auch doch schwer zu sehen. Ich glaube, da habe ich einen gesehen. Ich glaube, es ist alles lah. Weil es hier ist. Ich glaube, das ist gerne. Ich denke, das ist alles. Ich glaube, es ist... Ich glaube, es ist die von... Wo könnten noch mehr sein? Da. Zwölf haben wir jetzt. Nur noch drei. Zwei noch. Also ich höre keinen Brummen mehr. Gibt es hier noch welche überhaupt? Hier auf der anderen Seite vielleicht. Da gibt es einen Bären. Ich glaube nicht. Ich glaube, die gibt es nur auf dieser Seite. Ich glaube, es gibt auch exakt 15 Stück von denen hier. Am Karten. Ich komme hier nicht durch. Wo ist denn? Da. Da. Da, 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 da. Hier geblieben. Einen noch. Wo könnte der letzte sein? Was ist das? Morgenluftrank. Da ist noch einer. Da ist der letzte. Okay. Reneos, äh, wird sich freuen. Sein Wunsch ist erfüllt. 15 Stück haben wir eingesammelt. Ah, da bist du ja. Und? Hast du schon genügend gefunden? Oder willst du noch weiter suchen? Äh. Mehr werde ich vermutlich nicht finden. Ich hoffe, die reichen. Ja, das ist großartig. Danke dir, wirklich. Ohne dich hätte ich niemals so viele gefunden. Das hat doch wirklich Spaß gemacht, oder? Äh. Nicht das, was ich normalerweise tue, aber in jedem Fall interessant, äh. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Ich werde die Gläser schnell heimbringen. Komm nachher wieder. Die Schmetterlinge zu Reneos. Äh, Reneos, wir seinen letzten Wunsch aufsuchen. Okay, wo könnte er jetzt sein? Malphast zum Gruß. Der ist draußen. Grüße. Grüße. Wir sind Diden. Junges Mädchen. Junge. Das ist ja eine tolle Rüstung, die er da tragt. Olliel. Schreitet wohl. Malphast zum Gruß. Äh, zeigt mir eure Ware. Ich bin mir sicher, ich habe, was ihr braucht. Okay, der hat Lebensmittel. Schreitet wohl. Hey, Reneos. Hey, schön dich zu sehen. Bist du... Bist du bereit für den letzten Wunsch? Ich denke, er wird dir sehr gefallen. Zumindest hoffe ich's. Äh, ich bin bereit. Was ist der letzte Wunsch? Das werde ich dir gleich erzählen. Aber erst will ich dir etwas zeigen. Eine kleine Überraschung. Ich hab sie hinten in die Höhle beim Weiher getan. Geh du vor. Äh, zur Höhle am Wasserfall gehen? Läuft Reneos mir hinterher? Oder läuft er vor? Läuft mir hinterher. Okay. Ah, doch. Man könnte doch hoch. Kommt Reneos hinterher? Oder findet er einen anderen Weg? Also, warte mal. Vielleicht erst mal das hier wieder. Ah, da ist er ja wieder. Kann Reneos schwimmen? Okay, hier. Er muss hier schon schwimmen. Ach, hier ist keine Höhle im Wasser. Okay. Hat er gesagt? Er hat doch gesagt Höhle. Und Reneos? Ruinschlüssel wurde dem Tal hinzugefügt. Nur ein bisschen? Höhle unter dem Wasserfall? Toll hier drinnen, oder? Schau dich ruhig um. Ich hab hier schon ganz viele Sachen gefunden. Den Skelett auch? Äh. Fliege ich erst mal. Okay. Ist das Wasser, oder ist das irgendeine Magie, die hier so hochfliegt? Warum brennt hier Feuer? Ja. 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 Ich hab hier schon. Parierengeselle? Wo ist eine Reneos? Äh, Reneos? Kommst du mit? Ich glaube, der bleibt da hängen. Okay, so ein kleines Tal in der Höhle mit einem Vogel. Ich gucke mal, was ich hier noch erstmal entdecke. Automatisch speichern. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Okay, läuft das Wasser hier irgendwo ab? Okay. Ansonsten müsste die Höhle doch eigentlich schon längst übergelaufen sein, wenn es hier nichts hat, wo es ablaufen kann. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts. Und jetzt? Musste Reneos mit? Ähm. Achso, ich dachte schon, das wäre Blut. Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Wie süß. Äh, Reneos? Ich glaube, er muss mit. Kann ihn schieben. Ich glaube, Reneos ist festgehakt. Wenn ich jetzt rausgehe und dann mit ihm nochmal rein. Oder was, wenn ich jetzt nochmal lade? So, das hier lade. Dass er dann nicht da feststeckt. Toll hier drinnen, oder? Schau dich ruhig um. Ich habe hier schon ganz viele Sachen gefunden. Ich laufe mal lieber mit ihm direkt dahin. Nehmt das hier aber noch mit. Mach den hier nochmal auf. So. 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 ok ich glaube er muss mit und sonst gab es hier drumherum nichts so tada das ist die überraschung die ich dir versprochen habe erkennst du es das sind wir hier am strand in silberhain da wo wir die sternlingskugel getestet haben ach das soll ich sein was sagst du gefällt es dir wer das denn gemalt na ich natürlich werden sonst es ist doch richtig schön geworden oder also sagt wie findest du es es ist wirklich schön also ich kenne ich kenne kein siebenjähriges kind das so gut malen kann ja ich ich hatte gedacht dass es dir gefallen würde aber ich war mir nicht sicher danke das bedeutet mir wirklich sehr viel darf darf ich dir jetzt meinen letzten wunsch sagen wenn du mir den erfüllt dann gebe ich dir den stein wie wir es abgemacht haben ja darfst du was ist dein letzter wunsch ich verflucht das ist so schwer mein letzter wunsch ist das dass du bei uns bleibst wie bitte ich ich wünsche mir dass du bleibst und teil unserer familie wirst du könntest sicherlich bei uns einziehen wir haben noch mehr als ein zimmer frei und dann könnten wir jeden tag zusammenspielen und abends würden wir dann mit papa was schönes essen so so als wären wir geschwister das wäre doch so schön oder bitte sagt dass es schön wäre ich kann nicht selbst wenn ich wollte aber warum ich verstehe das einfach nicht hier ist es doch so viel schöner als sonst wo niemand hat hier hunger niemand ist hier jemals krank und es gibt nie regen oder wolken was gibt es denn in dieser doofen stadt zu dem du unbedingt zurück musst die welt da draußen die ist doch so grausam so so kalt da draußen was redest du da oder bin ich es ich bin es doch oder ich bin ein schlechter bruder und meine spiele waren alle dumm und langweilig aber ich werde mich besser nicht schwöre es ich will nur nicht dass du wieder gehst bitte nicht bitte ohne dich bin ich so alleine und ich will nicht mehr alleine sein bitte bleib berührlich wie kommst du dann darauf dass dass du alleine bist das ist doch nicht nicht wahr doch doch das bin ich es gibt da was was ich dir sagen muss aber ich habe so viel angst davor es dir zu erzählen du wirst mich dann hassen sowie all die anderen ich werde dich nicht hassen wieso denkst du das was willst du mir sagen es ist so schwer zu erklären ich wollte nie dass sie hier gefangen sind das musst du mir glauben aber es war der einzige weg zu machen dass sie mich lieben verstehst du sie waren früher immer so gemein zu mir weißt du obwohl ich ihnen nie etwas getan habe immer wenn papa mich auf die straße mitgenommen hat haben sie mir sachen hinterher gerufen missgeburt dämon und sowas nur papa hat mich geliebt und gepflegt obwohl ich so krank war verstehst du all die leute haben mich gehasst und das nur weil ich diese boppel im gesicht hatte und mein linkes bein wie ein klumpen war aber dafür konnte ich doch nichts ich wollte nie so aussehen aber ich verstehe das nicht du wurdest ob der halt du bist gesund nein nein bin ich nicht ich muss es dir erzählen sonst verstehst du nicht das ganze hier es hat alles angefangen als die alte frau gestorben ist alte frau ja sie ist eines tages einfach umgefallen und war tot gleich vor unserem haus ihr herz hat einfach aufgehört zu schlagen hat papa gesagt aber die anderen haben gesagt dass es alles meine schuld war dass ich die alte frau mit wild magie umgebracht hätte weil ich ein wegeloser dämon bin und sie alle töten wolle aber das wollte ich doch nie ich wollte niemals jemandem wehtun oder jemanden töten das haben sie nur gesagt weil sie mich gehasst haben beruhig dich alles ist gut nein nein nichts ist gut überhaupt nichts zwei tage nachdem das passiert ist sind sie dann gekommen es war schon dunkel und papa und ich haben schon geschlafen und plötzlich waren sie in meinem zimmer und haben mich aus dem bett ziehen wollen ich habe geschrien und geweint und dann ist papa reingekommen und hat auch angefangen zu schreien und einen von den männern ins gesicht gehauen und dann dann hat die frau vom händler ein messer aus der tasche gezogen und und sie hat deinen vater getötet ja ich glaube nicht dass sie gewusst hat was sie tat aber sie hat ihm das messer in den bauch gestochen immer und immer wieder so dass überall blut gespritzt hat dann haben sie alle angefangen wieder zu schreien und sich so komisch angeschaut und sind weggerannt verstehst du sie sind einfach weggerannt sie haben mich und papa da einfach liegen lassen und ich konnte nichts machen weil ich nicht mal laufen konnte mit meinem weil ich hatte solche angst schwester solche angst und dann hat der stein begonnen mit mir zu sprechen der stein was hattest du ihn bei dir ja siehst du die kette da ist der stein drin papa hat gesagt die hatte ich schon um als er mich gefunden hat es tut mir leid dass ich es dir nicht gesagt habe aber aber ich hatte angst wenn ich dir sage wo der stein ist würdest du ihn einfach nehmen und gehen und was hat der stein dir gesagt als er mit ihr gesprochen hat er hat gesagt dass er machen kann dass alles besser wird dass er nein dass ich machen könnte dass papa nicht stirbt und dass alle meine wünsche wahrheit werden würden wenn ich es nur genug will ich könnte machen dass ich laufen kann so wie die anderen und dass mich alle anderen lieb haben so als wenn ich normal wäre und dann was wohl ich habe ja gesagt dann ist plötzlich alles schwarz geworden und es hat in meinem bauch gekitzelt als ich dann die augen wieder aufgemacht habe war alles ganz anders es war wieder tag und mein zimmer war schön und hell und überall waren spielzeuge und und auch papa hat nicht mehr geblutet sondern über mir gestanden und mich angelächelt er hat dann gesagt dass ich schlecht geträumt habe und in den spiegel gucken soll und als ich das gemacht habe habe ich gesehen dass ich tatsächlich normal aussah wie die anderen kinder normal aber was hat das zu bedeuten ist das hier denn eine was eine illusion ist es nicht echt nein und ja es ist die normale welt aber anders sie ist so wie ich will dass sie ist wie du sie dir wünscht ja ich glaube dass der stein machen kann dass alle menschen um mich die welt so sehen wie ich will dass sie sie sehen und und dass sie das tun was ich mir wünsche noch bevor ich es selbst weiß und am anfang war ich so glücklich weißt du alles war so schön es gab jeden abend dattel plätzchen und jeder hat mich geliebt sogar die anderen kinder wollten jetzt alle mit mir spielen weil ich ja normal war und die boppel nicht mehr hatte es war so schön und jetzt ist es nicht mehr schön nein weil ich gemerkt habe dass jeder immer nur das tut was ich will wenn ich mit gaius fangen spiele dann ist das eigentlich nicht er sondern ich verstehst du er ist wie eine wie eine puppe und jeder der zu uns ins dorf kommt wird so ohne dass ich was dagegen tun kann nur du nicht du bist anders das habe ich gespürt als goma dich durchs tor gelassen hat du siehst zwar alles so wie die anderen aber du tust das was du willst und nicht das was ich will wie erklärst du dir das dass der stein nicht seine vollmacht über mich hat ich weiß es nicht aber wenn ich dich anschaue dann dann ist das so als ob du nicht da wärst ich weiß das klingt komisch aber es ist so aber aber wenn du dich alleine fühlst kannst du dem stein nicht sagen dass er diese welt einfach auflösen soll nein nein das kann ich nicht und das werde ich nicht der stein hat mir mal gesagt was dann passiert alle werden sterben weil sie so lange nichts echtes mehr gegessen und getrunken haben nur ich meine gedanken machen dass hier jeder so gesund ist verstehst du und und selbst wenn es anders wäre ich will nicht zurück daraus nie wieder alle hassen mich da weil ich so schlimm aus sehe alle das ist es ja auch warum du hier bleiben muss zu zweit könnten wir es hier so schön haben und ich wäre endlich nicht mehr alleine bitte ich flehe dich an das ist mein dritter wunsch und du hast mir versprochen dass du sie mir alle drei erfüllt du hast es mir versprochen ich will ihn nicht anlügen das bedeutet dass die alle da draußen sind bereits eigentlich im grunde tot werden aber durch den stein am leben erhalten kann ich ihn adoptieren nein gibt es nicht wir alle würden sterben wenn ich die welt kaputt mache auch du und ich das hat der stein mir gesagt du musst bleiben aber ich kann nicht bleiben reneos es muss doch irgendeinen weg für uns beide geben hier raus warum glaubst du mir denn nicht der stein hat gesagt dass es nicht geht und selbst wenn dann würde ich es nicht tun und weißt du auch warum weil du mich da draußen alleine lassen würdest wie die anderen auch du würdest mein gesicht sehen die boppel mein bein und dann würdest du auf mich spucken und weg laufen nein ich weiß es einfach so ist es immer gewesen da draußen immer und ich kann das nicht mehr ertragen verstehst du ich kann es einfach nicht mehr das ist nicht wahr egal wie du aussiehst ich würde dich deshalb doch nicht hassen das sagst du jetzt aber woher soll ich es denn wissen woher soll ich wissen dass du nicht weg rennst wenn du siehst wie ich wirklich bin sag es mir weil ich es dir verspreche du musst mir vertrauen vertrauen aber ich vielleicht hast du recht vielleicht hast du wirklich recht du warst immer so nett zu mir von anfang an aber aber was ist wenn der stein recht hat und wir wirklich alle sterben wir wissen nicht was passiert wenn ich dem stein sage dass er die welt auflösen soll und ich habe solche angst um dich uns wird nichts passieren renneos vertrauen ja wahrscheinlich hast du recht also ich warte was was ist das hier stimmt irgendetwas nicht mir ist plötzlich so schwummrig was muss ich machen was das ist er ich will ihn nicht töten ich will ihn nicht töten warte mal hier kann jetzt schon des schwarzen steins besiegen ist das wirklich renneos oder ich glaube ich werde drauf gehen oder er wie ihr liegt in im Untertitelung des ZDF, 2020 Sie sind alle tot Also auch alles, was ich eingesammelt habe Das war das Diese Kopfschmerzen, als ich dann umgekippt war Ich bin in diese Barriere von der Illusion reingegangen Wir sind durch Das ist wahrscheinlich sein Vater Ja, wir haben es geschafft, Schwester Wir haben es geschafft Ja, das haben wir Kannst du laufen? Wir sollten von diesem Ort verschwinden Nein, nicht Ich glaube nicht Die Poppel Sie tun einfach so weh, weißt du So weh Dann hole ich uns ein Pferd Ich bringe uns von hier fort, versprochen Ja Danke Ein Pferd finden, um in Reneos zurück nach Ark zu reiten Gibt's hier ein Pferd? Da vorne ist ein Pferd, tatsächlich Wie viele Pferd sind die? Wie viele Pferd sind die? Ähm Ist das? Reneos, wir können jetzt von hier fort Papa Papa Bist Bist du das? Es tut mir so leid wegen der Vase Das war Thorus und ich Reneos, ich bin es Ja Ja, ich habe tatsächlich heute Morgen einen von ihnen gesehen Du hattest recht gehabt, weißt du Wenn man sich etwas nur fest genug wünscht, dann Dann geht es auch in Erfüllung Kannst du uns jetzt ein Feuer machen, Papa? Ja Mir ist so kalt So kalt Lord So kalt So kalt Nourineos. Nur Nourineos. Ich. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Der arme Junge wirklich. Ich bin gerade sehr sprachlos. Wir sind aber auch schon jetzt bei über einer Stunde. Würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020